Musik 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 Schön, dass du heute hier bist und schön, dass du dich für die Ausbildung der Sparknissen interessierst. Heute sind wir nicht in der Filiale, also nicht wundern, sondern wir sind in einem Trainingsraum und wir kriegen in den ersten Tag der Ausbildung viele Informationen für den Start der Ausbildung. Musik Ja, ich kenne dir schon einige, die über die Ausbildung bei der Sparkassenkampion erzählen. Ich bin schon im zweiten Ausbildungsjahr und kenne mich dementsprechend eigentlich schon ziemlich gut hier aus. Wahrscheinlich wirst du hier die strengen Wissenskarte gemacht, aber Krawatten kannst du bei uns eigentlich mittlerweile eher selten. Bei uns geht die Ausbildung im ganzen zweieinhalb Jahren. Außerdem haben wir Betrieb seinen Unterricht, Verkaufs, Trainings und gehen zur Berufsschule und wir uns natürlich super auf die Praxis vorbereiten. Und das Tolle ist, alle haben zunächst einmal zwei Klassenparten teil, der Teamwork wird hier hochgeschrieben. Ich finde die Ausbildung bei der Sparkasse echt klasse, vor allem auch wegen der flexiblen Arbeitszeiten und den super Übernahmenschancen an. Und das bei einem Unternehmen, das auf Nachhaltigkeit setzt und sich sozial engagiert. Die meisten Zeiten befinden wir uns in der Fialo oder in einer der Hospitation. Aber weißt du was? Schau es dir doch einfach mal selber an. Musik Herzlich Willkommen hier in der Fialo-Direktion am Friedensplatz. Vielleicht kannst du mir direkt helfen. Wir zeigen gerade einem Kunden, wie das Online-Banking funktioniert. Dabei kommt auch das iPad zum Einsatz, welches wir von der Sparkasse zum Start geschenkt bekommen haben. Auf unserer Homepage haben wir super Erklärvideos. Schauen wir doch mal rein. Aber nicht nur das machen wir hier am Schalter. Ich habe gerade meinem Kunden Apple Pay installiert und ihm gezeigt, wie das Ganze im Geschäft funktioniert. Ebenso habe ich mit ihm Sorten für seinen nächsten Urlaub bestellt. Meine Kollegin links neben mir berät gerade unsere Kunden zu unseren Kreditkarten. Und sobald es etwas komplexer wird, leiten wir unsere Kunden in die Kundenberatung über, vereinbaren einen Termin mit ihnen oder weisen sie auf die Online-Terminvereinbarung zu. Und wie das in der Kundenberatung dann ist, das erfahre ich im nächsten Abschnitt meiner Ausbildung. Hallo, ich bin im zweiten Lehrjahr und bereite gerade ein Kundengespräch vor und nutze dafür das gespeicherte Finanzkonzept. Vielleicht fragst du dich, was wir eigentlich auch den ganzen Tag in der Beratung machen. Wir möchten unseren Kunden helfen und wenn möglich auch Träume erfüllen. Manch ein Kunde möchte ein Haus kaufen oder sich ein schönes Auto gönnen. Andere Kunden fliegen gerne in den Urlaub oder möchten sich selbstständig machen und eine Firma gründen. Wir sind dann dafür da, das passgenaue Angebot zu finden. Wir können nämlich auch schon im ersten Gespräch sagen, welche Wohnträume mit einem Kredit erfüllt werden können und dazu auch ein Zertifikat ausstellen. Wir bieten auch immer die passende Geldanlage für jeden Kunden an. Zum Beispiel an der Börse oder man kann sich auch für Geschäfte im Internet absichern. Für jeden Kunden haben wir immer das richtige Kontomodell. Für die ganz jungen Kunden haben wir auch ein mitwachsendes Konto. Und was praktisch ist, wir können in unserer Beratung unsere Tablets mitnehmen. Da können wir dem Kunden dann Videos zeigen, die zum Beispiel auf unserer Homepage sind. Und was es sonst noch alles in der Sparkasse gibt, das lernen wir dann immer zusätzlich in den Hospitationen kennen. Zum Beispiel in der Direktfiliale. Herzlich willkommen in der Direktfiliale der Sparkasse Köln-Bonn. Mein Name ist Christel Kaufmann und ich freue mich, dass du heute hier bist, um zu schauen, was wir hier so machen. Wir befinden uns gerade hier im Aufenthaltsraum unserer Direktfiliale. Was macht die Direktfiliale? Die Direktfiliale ist eine Filiale für unsere Kunden, die ganz bequem von unterwegs oder von zu Hause aus beraten werden möchten. Das heißt, die Kunden können mit uns über Kredite, Geldanlagen, Konten, alle möglichen finanziellen Themen, die du dir vorstellen kannst, mit uns sprechen. Dazu rufen sie uns an oder wählen sich zu uns in dem Videochat ein und können ganz bequem von zu Hause aus oder wo auch immer beraten werden. Wir befinden uns jetzt hier in der Direktfiliale. Du siehst auch die verschiedenen Arbeitsplätze, aber natürlich kannst du auch in anderen, vielen interessanten Bereichen hospitieren. Wie zum Beispiel die Wertpapier-Spezialberatung, beim Business Center, aber auch bei den Medienkunden. Da geht es grundsätzlich darum, Filme zu fördern oder auch zu begleiten. Da waren auch schon richtige Blockbuster mit dabei. Ich denke, das passt ganz gut. Zweieinhalb Jahre sind verflogen wie nichts. Jetzt sind wir fertig mit der Ausbildung. Wir sind alle froh, dass wir jetzt unseren Abschluss haben und alle übernommen wurden. Die Chancen sind ja wie gesagt echt gut. Ich persönlich habe jetzt meinen eigenen Beraterplatz in der Direktfiliale. Und ich mache beim Studentenförderprogramm mit und lerne viele coole neue Abteilungen kennen. Für mich ist das Studium nicht das Richtige. Ich mache nach der Ausbildung die Bank Betriebswirtin, um später eine Filiale leiten zu können. Und ich studiere auch eigene Haus- und arbeite in Teilzeit. Ja, und ich mache ein Trainee-Programm zum Firmenkundenbetreuer. Und dass du sogar Chef der Sparkasse werden kannst, das zeigt dir jetzt unser Vorstandsvorsitzender. Und wenn du uns unserer Sparkasse-Team beitreten möchtest, dann komm gerne zu uns und bewirb dich. Wir freuen uns auf dich. Prost!